hey und willkommen zu einem neuen projekt minecraft chaos heute mit dabei sind frank lp und kiosk so wir werden das projekt starten in 1 oder 5 raus hierunter wo ist er denn? komm runter! ja da musst du looten, looten, looten! alles mitnehmen! nein ich werde beklaut! ja sicher! ja du hast alles, ok! ein hero gell? ja ja ich geh weg! ich geh ja weg! ihr könnt... oh nein! das ist nicht erwischt! wo ist er denn? ich habe mal deine sachen gelooten, gell! hey! wo ist er? ist er immer noch da oben? und ja! er ist erst explodiert! er ist neben uns! hinter dir! nein ist nicht! ich mache mal Workbench! yo! ich starte da zur kiste! Bücher! Bücher brauchen wir nicht! ist ok! ziemlich wenig Bäume ist dann da noch! ja! ja! ich eier jetzt mal hier rüber irgendwie! zuckerrohr! ui! ui hui huu! dann ist er weg ey! dumtidi 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 dumt! was gibt es hier? einen stock? nein ich brauche aber ne kiste! ich baue mir mal, eine spitzhöcke! jeder kann... eine kiste! Kann der nicht abbauen, kann den auch nicht auswählen. So resafe meine Kiste? Ah ok, jetzt gehts. Eine Kiste bauen und einen Namen heranschreiben. Ja, was will ich sagen? Die sorgen mir mal ums Essen. So, ich hoffe ihr nehmt nichts aus meiner Kiste raus. Den Sprung schaffe ich. Den auch. Ja, nice. Kicken, sonst ist das hier... Haltbarkeit 3 auf dem Schwert, was ist das? Warum erst mal ein Bett? Du? Nein! Ich hab 3, ich brauche noch Holz. Muss ich aber irgendwie wieder da rüber kommen? Nein! Mama! Läuft doch niemals. Naja, warte, ich kann dich abholen, wenn du willst. Wie willst du mich abholen? Ja, bin Blöcke abbauen und dann... Ich brauche erstmal 3 Holz. Also Leute, das ist ein Skyblock Projekt für die, die neu einschalten mit vielen Dungeons und so weiter. Ich werde denke ich mal täglich ne Folge hochladen. Wenn es so funktioniert, wie ich das will. Wir sind da... Mann, geh weg! Hast du ne Spitzhacke? Ne, gell? Doch. Ah, das meinst du. Ein Spawn. Das versämmele ich doch. Ich will zurück zu meiner Kiste. Wir... Aber hauptsach, wir machen da nicht so safe Wege. Ne, wir jumpen so und irgendwie so hier. Naja, hast du ne Workbank schon gebaut? Jo, neben meiner Kiste. Der Doppelkiste. Klappenbett. So, safe. Check-in-chest. Lass mal erstmal... Brauch mal, ich baue jetzt erstmal Erde ab. Boah, das ist Loch. Ich brauche irgendwas, um mich fortzubewegen. Hm. Leute, ich mach mal kurz mein Licht an. So, seht ihr mich wieder? Was war das? Ich kümmere mich mal ein bisschen um die Melonen. Wo eiert er denn rum? Da unten? Er baut sich da rüber. Okay, nice. Ich finde das Projekt ist eigentlich ganz, ganz nice. Alleine schon, weil es Skyblock ist und mit mehreren Leuten zusammen. Du, das ist zu viel vor. Kommen ja noch zwei andere Leute, aber die kommen später nach. Die können jetzt noch nicht. Ich werde mir das Haus da unten eigentlich safen. Oder wollte ich mir eigentlich safen? Ja, das... Okay, das Haus da unten, aber da komme ich nur mit Wasser runter. Und er hat glaube ich die ganzen Wassereimer und alles. Ich kann dir Lava einmal anbieten. Nee, den kannst du behalten. Okay, okay. Lava schwimmen will ich nicht, danke. Ja, war nur ein paar Stück. Ich glaube hier ging es auch irgendwo nochmal. Achso, du könntest den Lava Kübel, also die Lava wegtun und mit dem Kübel da Wasser nehmen. Ja, damit wir ein Dings kriegen. Ach. Topplestone Generator. Ja, deshalb. Hey, das könnt ihr ja gleich direkt machen, wenn du das schon sagst. Kann's ja. Kannst du das gerne machen? Ich weiß nur noch nicht, wo ich mich hinbaue. Da unten zu dem Dorf verschalten. Ich hoffe, wie verkackst du die. Wie komme ich da hin? Katze. Okay, na, machen wir es mal anders. Meine Katze rennt gerade quer durchs Bild. Ja, da drüben schon Holz. Nein, es läuft bei ihm. Mhm. Irgendwer braucht gerade meine Hilfe bei einer Installation von einem Mod. Ich kenne die Nummer aber nicht. Ich glaube das ist, ähm, keine Ahnung wer. Also das Projekt ist dann ungefähr beendet, wenn wir alle Inseln durchgefrostet haben. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich hin soll, ey. Das ist so eine große Auswahl. Ich brauche mal einen Wassereimer. Hast du einen Eimer? Joa, warte. Warte. Lass mal, was tust du? Warte, dann würde nur eine Coverstone-Fammer. Ich will da runter in das Haus. Warte. Warte. Warte, dann brauche ich Wasser-Eimer dazu. Also nur mal kurz Wasser-Eimer, mehr brauche ich nicht. Da. Also alles safe und mit Bildern. Okay, das war ein Starmer-Fammer. So, ich kann dann ein Eimer geben, ne? Hi. Servus. Hoi. Was? Hier ist Steffen. So Steffen, wir sind gerade in unserem Skype-Projekt und nehmen gerade auf. Ui. Sorry, dass ich dazwischen komme. Nö, nö, kein Ding. Kannst in den Channel höher gehen und... Ja, in den Channel höher. Ich komme in 10 Minuten hoch. Ähm. Okay. Wenn dir das genügt in 10 Minuten. Okay, dann bis später. Jo, bis gleich. Ciao. Das war Steffen, das war der, der mir geschrieben hat, der einen Mod braucht. Okay, macht noch irgendwas komplett falsch. Jo, du kannst doch da Steine abbauen, das passt doch. Ja, aber wir kriegen Steine. User Left Door Channel. Kriegst die nicht? Nee. Die fließen nach hinten. Ist da hinten irgendwas drunter, unterm Lava? Ja, ein Stein. Ups. So passt das nicht, das stimmt. Das hätte ich dir auch sagen können. Ja, warte, wäre das eine andere Idee gewesen. Geh mir mal bitte den Eimer. Du hast den. Achso, stimmt, ich habe einen. Geh mal kurz nach unten. Drüben nach unten. Hä? Wer da nicht schon ist. Nein, 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 nein. Ich werde sterben, ich werde sterben. Nein! Haha, ich bin tot. Was hast du aufgeheert? Da war, da war ein Loch. Er hat da kein Loch, ich brauche noch einen Eimer. Hast du noch einen Eimer? Jaaa Du gleich nicht mehr Geh mal bitte schnell, du kriegst ihn auch gleich wieder Ju, warte Ich muss die Laune auch ein bisschen safen Da kriegst du einen Eimer, der ist leer Ach mann Ich wusste gerade aber nicht Wo ich mein Wasser, ich hätte mich auslocken können Und du hättest mich da mit Wasser safen können Aber das wäre ja kein Deshalb geht es nicht, weil da keine Erde drunter war Oh, das hätte ich gesehen Runter Und da raus Da wo ich hin will Hä Gefühlt mache ich irgendwas komplett falsch Ich vergesse immer Den Gurt baut Da drüben hin Ja Nice Nein 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 Ich bin schon wieder tot Ach mann Ich hab die Druckplatte vorm Haus abgebaut Da hab ich gedacht der Sand bleibt liegen Aber der ist dann auch mit runter gefallen Ja was soll ich sagen Ja was soll ich sagen Ja genau was soll ich sagen Ach ist das scheiße Neues Projekt gleich mal zwei Eimer weg Ja brauchen wir Eisen Ich hab zwei Eisen aber mehr nicht Echt? Ja Ja Ich brauche immer Coverstone Ich bau grad hier die ganze Erde ab Hier gibt's noch oben Ah das sind Skelette Bauen wir lieber mal zu Sonst wird's gefährlich Ja der schießt auf mich Ja nice Der schießt auf dich Ah das sind Skelette Der kommt mir nicht rum Könnt man ja eine Eisenschaufel machen Aber das ist irgendwie totaler Käse Mhm Ich bau immer da mal zu so einer Miniinsel baut Aber das ist nur Kohle Ich komm grad überhaupt nicht vorwärts ey Mhm Ja nicht Ich baue mich jetzt da rüber zu der Festung Und richte das Quartier wieder dort ein Hm So ich nehme ein Schwert mit mit Ja my first sword Das nehme ich mit Rüstung habe ich keine Und eine Potion of Water breathing Hörst du dich denn hin? Ich hab gedacht das ist Coverstone Aber irgendwie Ist nur Kohle Da drüben ist ein Skelett Ach maaaann Soll ich denn jetzt bitte an dem vorbeikommen? Ich schau mal in deine Kiste ein Ich hab da was gebräuchtes zu tun ist Ne Äh Und Bad? Und Bad hab ich noch nicht ne Wo ist er? Wo eiert er rum? Keine Ahnung So ich kann mir mal wenigstens Äh Äh Beißere Spiezhackebahn Ah Kiste gefunden Ne Genau Nein Lea Wieso ist die leer? Alles klar Irgendwie mangelt es uns an allem So Die Kiste ist leer Hebel Fiel der Schwerkraft zum Opfer Bye Bye Hehehe Was ist jetzt da hinten was drinne? Da drüben ist ein Skelett Und wir haben nichts zum Runterschießen Da drüben ist ein Skelett und wir haben nichts zum Runterschießen Ich weiß ja Wollen wir uns hier einrichten? Ich baue da grad ein bisschen Iron ab damit wir Oh was mach ich denn hier? Bauer einfach sinnlos irgendwie in den Kisten Üps So die Kiste save ich mir noch damit ich eine Doppelkiste hab War das bei uns auf der Insel oder war das bei ihm? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Ich glaub nicht bei uns Ok gut Er wird alle sterben die ganze Zeit Ja Er versucht seine Insel irgendwie zu retten Schaffts aber irgendwie nicht so ganz Katze was willst du jetzt schon wieder hier? Ich hab ne Katze auf dem Bildschirm Läuft oder? In der Aufnahme ne Katze Ging's doch auch mal runter Hier unten drunter Glaub ich war auch noch irgendwas Komm da nicht runter Doch hier ist was Bist du schon unten ne? Ne ich will grad wieder bergauf fahren da aber Doch klar warst du hier unten Oder irgendjemand war hier unten Doch Klar bist du hier Hi Hier unten irgendwas Alter Das war's nicht so dumm Wow Was passiert hier? Was machst du? Ich bin fast am sterben gewesen Haust du da jetzt wieder hoch oder was? Ja Geh mal runter Hier unten war doch mal irgendwas Ja die ganze Welt Direkt zerstört da bei uns Komm ich vor Boah 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 Ich will doch nur da auf den Stein Hier war doch irgendwo mal ne Kiste Ach da ist ne Kiste genau Darüber komm ich nicht glaub Ich geh grad zum Skelett Spawner Es steht grad kein Skelett Ich geh grad zum Skelett Spawner Es steht grad kein Skelett Wann Hier aufmach dann Ja Das ist ein Trap Okay Geh halt den Wasserstrom hoch Wo direkt bei uns rauskommt Hier Wupp Die erste Melone ist schon mal gewachsen Das ist schon mal gut Ich hab auch noch einen Melonensamen Aber nur eine Achso du hast ja eine Dings gell Hm Doch Ich werd Ne ich renne jetzt nicht ins Neter Ist das Skelett jetzt endlich mal da hinten weg Ja Ja das Skelett Spawner Gut dann geh ich mal nach da hinten Achso ich muss mein Schwert noch mitnehmen Ähm Schärfe 1 Überhaupt was zum Verteidigen hab Ich fall eh gleich wieder runter ich seh es kommt Du schon Naja Jetzt Wolle falls ihr euch ein Bett bauen müsst gell Ja bau ich vielleicht immer Hier ist auch noch Iron Aber ich hab halt keine Spitzhacke Ähm in meiner Kiste Na doch Ja in meiner Kiste wär auch gut Spitzhacke Hier ist auch noch mal Wolle Oh hier ist ein Mini Zombie Spawner Den müsstest du mal weg machen Weil ich krieg den Achso da vorn Okay Ja 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 war die Barme gerade zu der anderen Insel da Ja auch ich nehm hier unten die Insel mit den Hey geil Schau mal Okay Überlebe ich das? Ich hab nur Bitte überlebs Bitte komm Oh ein Herz noch Oh geil Esel Was denn? Eben ein ziemlich geiles Äh geile Kistenanfang Was steht da drinnen? Ich habe gehört Ich hörte jemanden von der In ihrem Haus Next talking about somewhere in dieser Island Where they could get rich Okay Nice Ich töte erstmal das Schwein Ich töte erstmal das Schwein um was zu essen Schwein Ich bin der Schweinemörder jetzt Mach das Ja ich habe jetzt das Schwein hier getötet Muss ich auch noch Holz mit der Hand abbauen Beziehungsweise ein bisschen schwer damit ich hier durchkomme Mach eine Kiste Oh nice Der Insel bleibe ich die gefällt mir Wo bist denn? Unten bei dem Villager Oh ich bin gerade da Bei dem Villager? Ja ja Ah du ich glaube ich weiß was Wo warst du schon mal vorbei? Was? Das ist meine Insel Was macht der? Was kann der? Okay Spitzhacker Und Maragde 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 What the fuck? Alles mit einem Einmal was ich mit einem Tarf vollknall Maragde Wow das ist eine Trap What 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 Oh keine Trap Gut Geist Trapasen auf der Insel Und Hühner Haus Na Kiste Eis Ich baue jetzt hier an Das ist mein Das ist jetzt meine Kleine Insel die ich ausbauen werde Ich muss nur noch eine Insel aussuchen Ich muss dann erstmal hochkommen Ich muss mir alles holen Villager du bleibst ja hier Du rennst ja nicht weg hoffe ich für dich Die Kiste abbauen hoffe ich passiert nichts Okay nein Gut Mit das hier drüben mit Ich glaube ich sterbe gerade an Hunger Ja So langsam aber sicher Läuft bei dir auf jeden Fall Jo Jo Die Kiste da hinten habe ich nicht abgebaut glaube ich Und hier Hier die habe ich abgebaut Da kommt mein Schlafplatz rein Und das wird die normale hier Ich baue mir mal auf jeden Fall ein Bett zu bauen Warum nicht? Komm das mal alles rein Danach stürze ich mich in den Tod Standard Ha? Standard Ja Ähm Ja das machen wir dann einfach dann später Das brauche ich noch das Das brauche ich nicht Ja aber Leg ich mir hier noch schnell ein Feld an Und natürlich dann auch noch Wasser Und natürlich dann auch noch Wasser So das war es jetzt mit der ersten Aufnahme Ich hoffe es hat euch gefallen Und wenn ja dann gebt euch einen Daumen nach oben Und vergesst nicht zu abonnieren falls ihr nichts mehr verpassen wollt Vergesst auf jeden Fall auch nicht bei den anderen zwei YouTubern vorbeizuschauen Und ja bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Eich Bis zum nächsten Mal.